Entweder oder Mit entweder oder redet man von einer Alternative. Entweder kann auf Position 1 oder Position 3 stehen. Entweder du kommst mit oder du bleibst hier. Du kommst entweder mit oder du bleibst hier. Entweder fahre ich mit dem Bus oder mit der Straßenbahn. Er hat entweder gelogen oder er wusste es wirklich nicht. Entweder gibt es Müsli oder Brötchen zum Frühstück. Entweder machst du deine Hausaufgaben oder du bekommst Hausarrest. Welche Sprache möchtest du lernen? Entweder Deutsch oder Französisch?